Willkommen! Was wirklich Besonderes ist, diese Garnitur Jive in einem Trinkleder, schwarz-black. Jive ist ein Schwestermodell von Marriott, hat die gleichen losen Kissen. Auch die Sitzkissen sind lose, mit Klettverschluss angebracht, allerdings hier durchgehend. Also alles wegmachen, zum Saubermachen. Die Rückenkissen sind hier mit diesem Spannband fixiert. Und das ganz Besondere an Schreif ist nicht nur die klassische Form und das softe, weiche, mittelharte, mittelfeste Sitzen, sondern das Leder. Krinkle ist ein Leder, ja wie soll ich das sagen, hier wird ein spezielles Verfahren zur Oberflächenbehandlung benutzt. Das Leder sieht ausgekränkelt, also wie zerknittert und ist trotzdem mit Heißwachs versiegelt. Und Sie haben hier eine ganz tolle Haptik, ein Wohlfühlcharakter mit ganz speziellem, mit einer ganz interessanten Zeichnung, ein Unikat, was ganz Besonderes. Die zweiteilige Ecke ist bequem. Sie haben hier beim Anbaussofa mehr Tiefe. Hier haben Sie die normalen Sitztiefe. Hier haben Sie Übertiefe. Sie können sich natürlich unglaublich bequem machen, hier, hier und da. Ja, Krinkle ist, äh, Krinkle ist das Leder. Jive ist eine Gruppe für die ganze Familie, in einem klassischen schwarzen Leder, modischer Touch, durch dieses zerknitterte, dieses Krinkle, diese Optik, was, wo ich mir fast kaufen würde, wenn ich nicht schon zu viel neue Sachen immer hätte. Jive lege ich Leuten an den Herz, ans Herz, die was Klassisches wollen, etwas Spirit mit etwas Touch zum Liegen, Löwen lesen, zum Leben. Jive for you, yes sir. Dankeschön und tschüss. Dankeschön und tschüss.